Ja hallo und herzlich willkommen zu Peters Advent Kalender Nummer 3 Gestern haben wir das hier gemacht, das kann ich euch kurz zeigen, weil ihr das noch nicht gesehen habt Wir müssen hier den Weihnachtsmännern die Zettel wiedergeben, das machen wir hier noch schnell So, das war Nummer 1 Achso, die Zeit ist um, das machen wir gleich nochmal Habe ich einen übersehen Geht doch So, dann gehen wir zurück Und dann sind wir hier bei Nummer 2 Wo ich sie im Versteck gespielt Oje, die Mäuschen spielen, verstecken, du hast 20 Sekunden alle 6 zu finden und ein Tipp auf ihre Schlitten zu setzen Und dann haben wir auch schon alle 6 Mäuse gefangen So, und das war es auch schon wieder von mir Ich wünsche euch noch einen schönen Advent Sonntag Nicht vergessen, morgen kommt ein weiteres Video Morgen kommt ein anderes Spiel Ich wünsche euch noch einen schönen Abend Bis morgen, tschüss